Das ergibt doch alles keinen Sinn, oder? Fliegende Rentiere? Ein Besuch durch den Kamin? Im Haus eines jeden anständigen Christen in nur einer Nacht. Und die halten mich für verrückt. Ich zöhn die vierte Kerze an. Christi Skabel und Ofenkohle. Und zwei über dem Kranz in Rehtierbraten auf Rotweinsoße. Und zähl eure christlichen Adventskalendertage. An denen ich heuchlerische Sakramentefänger jage. Stagestadt, Kamin, roter Roben, in Navy, blauen Wrack. Die schwarze Schifferkrause ersetzt sich sehr weiß in Rauschebad. Im neuen Weihnachtsmann Dresscode stürm ich die Coca-Cola Headquarters. Und entführ vom Monitor in Strohsack, blonde Netzforscher. Hängt hier an Angelhaken mit Starterkabeln in Tannenadeln. Und lass mein Apartment im Kadaverkett den Glanz erstrahlen. Füll gemütlich ein paar Knabbereien in die Glasschüssel. Doch die Wecken nur vornbedingt den Anschein ist ein Walnüsse. Spinker und unterbricht das Sternsinger-Klingel. Nerviger Kinder den Hannibal-Serien-Klingel. Werf dich zum Grinch und ihnen die Spenden-Dosen ab. Meine gute Tat des Tages. Ich spend den Dosen-Trunt.